Wenn Sie die Titelseite fertiggestellt haben, dann gehen Sie an die Inhaltsseiten. Dazu scrollen Sie natürlich im Dokument zu den beiden Inhaltsseiten und Sie müssen auch darauf achten, eine andere Ebene dafür zu verwenden. Im Ebenenbedienfeld gehen Sie auf Inhalt oben. Bei den Inhaltsseiten beginnen Sie jetzt, sich alles zusammen zu sammeln, was Sie dafür brauchen. In der Bridge aktivieren Sie die Bilder, die Sie benötigen. Die sind hier bereits aktiviert und Sie können nun die Bilder aus der Bridge ins Dokument ziehen. Die Bilder sind im Platzierungskursor und Sie ziehen dafür Rahmen auf. Dabei achten Sie schon darauf, dass Sie die Bilder an den Stellen aufziehen, an denen Sie sie gerne haben möchten. Wahrscheinlich müssen Sie die Rahmen später noch ein wenig anpassen, weil man in dieser großen Ansicht gar nicht so genau arbeiten kann. Um jetzt durch das Dokument zu navigieren, hinein zu zoomen und wieder heraus zu zoomen, sollten Sie sich die ganzen Kurzbefehle merken. In den Einführungsvideos habe ich diese vorgestellt. Deswegen werde ich sie hier jetzt nicht mehr explizit erwähnen. An dieser Stelle soll der Rahmen oben an diesen grauen Balken stoßen und das Bild soll auch etwas höher sein, ungefähr quadratisch. Nun ist der Rahmen größer als das Bild und ich nehme das Direktauswahlwerkzeug, um das Bild in der Größe anzupassen. Dabei wird dieses Bild jetzt ein wenig beschnitten. Nun kann ich rüberscrollen und die gleiche Größe für das andere Bild einrichten. Damit ich dann diesen anderen Rahmen an dem ausrichten kann, ist es vorteilhaft, die intelligenten Hilfslinien zu verwenden. Die intelligenten Hilfslinien können Sie aktivieren unter Ansicht, Raster und Hilfslinien, intelligente Hilfslinien. Sie sind hier bereits aktiv, aber sie funktionieren nicht, wenn die Ausrichtung am Dokument Raster aktiv ist. Deswegen werde ich die hier mal ausschalten. Und wenn ich jetzt diesen Rahmen in die Länge ziehe, dann sehen Sie, dass es hier einrastet. Und auch nach oben. Und da rastet er an diesem grauen Balken ein. Und auch dieses Bild muss jetzt mit dem Direktauswahlwerkzeug ein wenig vergrößert werden. Nun geht es noch an die anderen Bilder und die können wir hier jetzt noch platzieren. Die sollen hier in den Satzspiegel genau eingepasst werden, sodass sie unten anstoßen. Im nächsten Schritt benötigen wir nun Textrahmen. Dazu ziehe ich hier den Rahmen auf und hier an der Stelle einen zweiten Rahmen. In den ersten Rahmen werde ich jetzt Platzhaltertext einfließen lassen. Und den Rahmen etwas verkleinern, denn da unten soll noch so ein Grafikelement hin. Allerdings habe ich hier jetzt Übersatztext. Das erkennen Sie an diesem kleinen roten Pluszeichen. Ich zoome hier mal ein wenig heran. Da haben wir das Pluszeichen. Ich möchte nun eigentlich erreichen, dass der Text, der hier zu viel ist, in den zweiten Rahmen fließt. Und um das zu erreichen, muss ich diese beiden Rahmen miteinander verketten. Das ist ganz einfach. Dafür klicke ich hier hinein und bekomme den Text wieder in einen Cursor hinein und klicke in den zweiten Rahmen. Diese beiden Texte sind jetzt miteinander verknüpft. Und wenn ich hier den Textrahmen verkleinere, dann fließt der Text in den zweiten Rahmen. Und genauso fließt der Text auch wieder zurück. Das ist sehr praktisch. Das kann man auch gleich auf einmal anlegen. Das sehen wir uns auf der zweiten Seite an. Der Text auf der zweiten Seite soll von der ersten Seite getrennt sein. Deswegen erstelle ich hier einen neuen Textrahmen. Und um nun diesen Textrahmen gleich verknüpft zu erstellen, kann ich auch hier in diese Box hinein klicken, um den Textrahmen zu erstellen. Jeder Textrahmen hat eine Eingangsbox und eine Ausgangsbox. Und mit einem Klick auf diese Box bekommen Sie wieder einen speziellen Cursor und können mit diesem die Box aufziehen. Und so erstellen Sie gleich verknüpfte Textrahmen. Diese Verknüpfung können Sie sich auch anzeigen lassen unter Ansicht, Extras, Textverkettung einblenden. Und so sehen Sie, dass diese beiden miteinander verknüpft sind. Und genauso bei diesen beiden. Die anderen Grafikelemente finden Sie im Download zu diesen Workshops und dort in der Clever Canaria Bibliothek. Mit einem Doppelklick öffnen Sie sie und können sich nun daraus die Elemente herausziehen. Hier haben wir so ein Preisschild und noch einige Piktogramme. Die ziehen Sie sich erstmal einfach nur auf die Arbeitsfläche, damit Sie sie dort einfach nur aufbewahren können.